Tiernahrung? Tiernahrung nicht, nee, Tiernahrung. Was man nicht im Kopf hat, ne? Auf geht's, Boden! Guten Morgen, Samstag, 4. August. Ich will nochmal eben schnell hier die Lampe. Im letzten Video am Ende haben wir das Licht ausprobiert. Das war gestern Abend und jetzt will ich die Lampe nochmal eben wieder zurück in die Werkstatt bringen und das Seil, die Trommel, weiß ich gar nicht, hier hat Jens, glaube ich, hier um die Ecke gestellt. Hier ist die Lampe, damit das hier nicht untergeht. Wo hat er jetzt die Trommel mit den? Da. Da brauche ich jetzt die andere Hand auch für. Ja, also war ja wirklich cool vom Licht. Da gehen wir nächste Woche irgendwie bei und tunen das mal ran. Ich besorge noch ein bisschen Installationskabel und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie nochmal Ketten oder sowas kriegen und dann können wir es da aufhängen. Krass. Geil. So, ja, wie gesagt, ich bringe das jetzt in die Werkstatt und dann werde ich das letzte Video schneiden, das ihr schon gesehen habt, dass wir morgen und dann ist auch ein bisschen Bürokram und dann machen wir fast Wochenende. Morgen mit so einer Kartoffeln roden. Einzuch darauf, deshalb haben wir die gestern eben schon mal zusammengehängt bzw. den Schlepper angebaut. Einzuchspeise, der soll Montagmorgen um sieben da sein. Deshalb roden wir den morgen Nachmittag. Jo, später. Jo, im letzten Video habt ihr ja schon einen Schlag gesehen. Kartoffeln 25. Da habe ich Zwischenfrucht gemacht. Jetzt ist Vater hier in Gang da. Zwischenfrucht auf einem weiteren Schlag. Kartoffeln 25. Und das Parallelfahren wollte noch nicht wieder so in Gang. Haben wir noch eben wieder in Gang gemacht. Jetzt fährt er hier. Das geht da um die Ecke noch weiter und dann ist da noch ein Schlag in die Richtung weiter. Das seht ihr alles nächstes Jahr. Das ist hier ein Spoiler auf nächstes Jahr. So, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Denn ich bin mit dem Videoschneiden noch gar nicht fertig. Das wollte ich ja noch gerne eben fertig kriegen, weil sonst ist das nicht mehr rechtzeitig für morgen. Ich bin hochgeladen. Also, später. Guten Morgen. Sonntag ist heute 25. August. Das wollte ich euch zeigen. Guckt euch das mal an. Heute ist der 25. August. Moment. Sonntag, 25. August. Wir hatten heute Nacht 10 Liter Regen. Und jetzt guckt ihr die Scheiße an hier. Das ist da durch den Schlitz, der noch nicht zu ist. Das ist alles reingekommen. Hier unter der Maschine alles nass. Oh ja. Ist jetzt nicht schlimm. Kriegen wir alles wieder weg. Aber wäre angebracht, wenn die da als erstes beigen. Montag, wenn sie hier sind. Morgen. Morgen Mittag irgendwann kommen die ja wieder. Ist, wie es ist. So, aber lieber heute Nacht Regen als heute Tag über. Denn wir wollen am Nachmittag um 2.1 Uhr Speisekartoffeln roben. Der kommt morgen früh um sieben hin. Die geiden, die sollen voll. Und eine halbe Kiste für den Hofladen. So, jetzt machen wir erstmal Frühstück. Frühstück. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann los, also bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 Hey! Ja, es ist noch nicht warm, ne? 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 Ja, es ist noch 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 warm, ne? Das haben wir hier ja schon mit dem Streifen, wenn da die Kisten draufstehen, aber da sieht das schon besser aus und man kann auch nicht immer überall Gummimatten unterschmeißen. Die Zeit ist dann manchmal auch nicht da und das ist ja auch keine Strecke hier vom Feld zum Hof hin. Dann geht das schon, ne? Ja, sonst schon nicht verkehrt. Mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Jetzt kommen hier erstmal Schrauben rein. Ich muss nochmal ausmessen, dass ich hier genau wo die Kisten stehen nicht unbedingt immer eine Schraube hinkriege. Wir haben keine Flachkopf da. Die hätte ich sonst auch gerne genommen, aber jetzt welche losfahren, welche holen. Wir haben noch genug von den anderen da. Dann muss ich mal ausmessen, wie das von der Größe passt, ob die überhaupt von der Länge passen. Sonst müssen wir trotzdem nochmal losdüsen. Ja, mal schauen. Ausmessen, einzeichnen, Löcher reinbohren. Hier ist ja schon eins und da hinten auch und da hinten auch. Aber das reicht noch nicht. Ich möchte noch ein paar mehr hier rein haben, dass es ein bisschen stabiler ist, das Ganze. Und dann soll das funktionieren. Sieht ja schon so ganz schick aus. Ja, vielleicht dann die Seiten auch nochmal streichen irgendwann. Vielleicht nicht unbedingt mit Braun. Vielleicht finden wir doch nochmal andere Farbe. Und die Deichsel, denke ich, muss auch nochmal gestrichen werden. Aber da soll Sven nochmal seinen Senf zu geben, was er dazu meint. Und dann geht ihm schon. So, die Kollegen vom Hallenbauer sind noch nicht wieder da. Die werden wohl heute Mittag wieder auftreten hier. Und dann wird das wohl diese Woche schon zu sein. Und dann nächste Woche noch Kleinkram und dann sind sie durch. Feine Sache. Das ist auch eine feine Sache. Könnte gleich hier bleiben. Ha. Hat da jemand verschlafen? Heute ist Dienstag, der 27. August. Den nehmen wir gleich erstmal mit. Da hinten den LKW nehmen wir mit. Dann machen wir zwei Züge Stärke. Und vielleicht, vielleicht heute noch ein paar Kisten. Mal gucken. Auf jeden Fall wollen wir jetzt die Tage anfangen. Mit meinen Lagern. Heute Nacht, also jetzt auch gerade noch sind das unter 10 Grad mal. Wenn wir das jetzt noch ein paar Mal öfter kriegen würden. Das wäre natürlich nice. Dann kriegen wir die Kartoffeln auch schön runtergekühlt. Oh, und die Sonne knallt. Guck mal. Da steht noch der 716. Das ist der alte Akkulanderzug hinter mit den Trocknungsböden. Da gehen wir morgen nochmal bei. Morgen nochmal vollroben den Zug. Der kann Donnerstag früh hin. Deshalb bleibt das jetzt mal eben so stehen. Die Halmbauer, die nehmen uns die beiden Stützen noch weg. Also die hätten wir notfalls auch selber weggekriegt. Aber mit deren Gerät ist das dann doch ein bisschen einfacher. Das ist für die eine Sache von 10 Minuten. Dann sind die weg. Und wir quälen uns dann mit dem Stapler ziemlich ein paar ab. Auch deshalb habe ich da gestern mal angerufen und gefragt. Und ja, ist kein Problem. Also machen sie das wohl irgendwie die Tage auch noch mit. Gestern haben sie hier unten die Bleche angeschraubt. Und das Profil. Hier. Das und das. Und dann denke ich mal, werden sie heute mit der Wandpaneele anfangen. Könnte theoretisch heute am Ende dieser Woche schon zu sein. Also bis auf die Tore. Weil die sind auch noch nicht geliefert. Achso. Und dann brauchen sie noch Material, um das in der Mitte zu machen. Ich hoffe, das wird anständig. Weil da fehlt auch noch Dämmung. Ich will mal eben gucken, ob man da sehen kann, was ich meine. Moment. So. Da muss der Schlitz dazu. Und dann ist da bei dem Stück vom alten Dach bis zum neuen Dach. Da ist halt die Dämmung. Da muss auch mal irgendwas drin. Wir werden sehen. Oh, da kommt der Tiefbauer. Der macht mit der Zuwingung weiter. Sehr schön. So. Und ich gehe jetzt eben. Da hinten kommen die Hallenbauer. Ich gehe jetzt eben los. Mache noch einen Kaffee. Trinken wir schnell einen Kaffee. Und dann geht das los zum Kartoffelboden. Das ist der Plan. Ja. Man muss mit dem glaube ich nochmal schnacken. Dass die auf der anderen Seite im Idealfall da schon mal alles fertig machen. Rinne. Das wäre ein Traum. Dann können wir den Schauer schon nutzen. Können da schon was unterstellen. Na ja. Schauen wir mal. Das ist ja. Ich könnte die auf dem anderen Seite nicht drauf aussehen. Das ist ja. Dann könnte ich ja gleichzeitig rauskommen. Ich bin nur ein paar Jahre lang. Ich bin nur ein paar Jahre lang. Den haben wir die, die mich nicht auch Mary програм verschle sebepelt. Die weiße. So, das Licht, das darf ich auch mal. Anderer Plan heute. Wir wollen versuchen den LKW dahin zu stellen. Das müsste gleich kommen. Dann soll er hier leer drehen, sich da auf den grünen Streifen stellen. Und dann wollen wir da hinten erstmal weiter roden. Wenn wir zu viert absuchen, dann ist das doch ein bisschen schöner. Ob das geht, wissen wir nicht. Das werden wir gleich sehen, ob Jens hier fahren kann. Voll zurück hier. Das soll eigentlich, das ist normalerweise auch Acker. Das haben wir nur liegen lassen, damit wir fahren können nach hinten hin. Aber das ist relativ fest. Ja, lass uns überraschen. Notfalls müssen wir den davor hängen. Ja, und voll auf dem Acker drehen. Werden wir gleich wissen, ob es geht oder nicht. Lass uns mal überraschen. Luca und Marien sind in den Bus gekommen. Kann ja gleich losgehen. Mal schauen. Irgendwas höre ich schon. Das ist aber der Roder, glaube ich. Der fährt bestimmt jetzt durch. Oder nicht damit rechnet, dass wir hier sind. Jo, er fährt durch. Aber der kann ja auf den Acker herkommen. Auf geht's. Roden. Wieder nach Wietzendorf heute. Ein paar Tage werden wir hier wohl noch parken dürfen, bis die Halle so weit ist und wir dann da wieder auf den Hof können. Hofeinfahrt wird auch langsam. Denkt man, dass wir dieses Jahr auch nochmal fertig werden. Haus geht auch immer weiter. Es geht fahren. Da kommt der Jens. Wir werden ja von Mal zu Mal mutiger, ne? Wir hoffen, dass man da hinten drehen kann und dann ist alles gut. Aber das sollte gehen, wie es aussieht, ne? Das Dach muss hoch. Kannst du uns das Dach noch hoch machen? Ja, hoch kann er. курsen, hörst du mich. Versuch. Pure Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Juhu! Einmal auf dem Acker gedreht. Das erste Mal. Allrad an und läuft. So, Allrad aus. Geil. Na gut, naja, okay. Für andere ist das nichts Besonderes, aber jetzt für so ein Fahrzeug hier ist das schon geil. So, jetzt wieder rückwärts zurück und dann mal gucken, wie wir da jetzt uns am dümmsten hinstellen. So, jetzt wieder rückwärts. Ich steig mal eben aus und gucke mir das Elend mal an, bis wohin wir können. Ja, sieht auch schon mal nicht aus hier. Oh, dann werden wir mal rauffahren. So, jetzt wieder rückwärts. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Jetzt funktioniert. Das war's für heute. 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 Das ist... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also wir haben so ein W20 und aus Versehen ist tatsächlich die 20 gefallen. Also es gibt 20% Rabatt auf alle Klamotten, also auf den ganzen Merch, alles was da ist. Ina will auch noch ein paar Beanies stecken, deshalb ist das Ganze gültig bis einschließlich den 8. September, weil noch sind die Beanies nicht da, aber wer Bock hat, Hoodies, Shirts, dann die Beanies, also 20% doch schon kann man mal machen. Der Code ist HERBST24, ich habe diesmal aber auch mal geschafft einen Link zu erzeugen, den packe ich euch in die Videoschreibung, wenn ihr da rauf klickt, dann habt ihr automatisch beim Checkout diese 20% drin. So machen wir das. So, das war jetzt genug Werbung und jetzt sagen wir einfach nur noch Tschüss, wir sießen unseren Kaffee und dann fahren wir nämlich Kartoffelroben, das seht ihr aber auch alle Sonntag. Also, Dankeschön, reinhauen. Wir singen! Stößchen. Auch auf Tiernahrung? Tiernahrung nicht. Nee, Tiernahrung nicht. Aber wir haben peak feinen Kaffee. Da gibt es zwar keine 20% drauf, aber der schmeckt auch ohne 20% richtig. Ketchup ist auch übrigens alles wieder da, den kriegt ihr auch nicht leer gekauft. Da ist genug da. Also, wenn ihr ein Hui bestellt oder ein Shirt, haut euch in die Flasche Ketchup mit in den Kopf. Hilft immer. Das ist super.